Einfach mal ein bisschen zu spielen. Eingerichtet finde ich, ist sie auch ganz schick. Und hier um die linke Seite ist dann die Käsebar. Und wenn wir da geguckt haben, gehen wir rechts drüber raus in die Grombaar. Mein Kalle. Ich lege mich gerade einfach. Und hier sind eben normalerweise die ganzen Käsesorten aufgebaut, wenn die Weinbar geöffnet ist. Hier sind dann die in den Kühlschränken. Die sind jetzt da drin und ansonsten ist das Ding hier schön dekoriert mit über 90 verschiedenen Käsesorten. Das ist richtig geil. Ich hab dich. Ach, mir fast klar.